Hallo, in diesem Video möchte ich die Grundidee zum LR-Scanning erklären. Und ich schreibe vorweg, es werden Fragen bleiben. Was heißt das konkret? Das Video ist ausschließlich dafür da, um den Unterschied zwischen LL und LR-Scanning zu verstehen. Von der Grundidee her. Wenn ihr dieses Video geguckt habt, dann könnt ihr aber immer noch kein LR-Scanning selber machen. Dafür müsst ihr das andere Video gucken, wo das nochmal mit einem Automaten und mit der schönen Tabelle erklärt ist. Wenn ihr nämlich den Kram nicht macht, dann wisst ihr nicht, was ihr machen müsst. Aber ich hoffe, in dem Video wird zumindest mal die Grundidee halt klar, was eigentlich passiert, damit man das gegenüberstellen kann. Gut, das soll es gewesen sein zur Einleitung. Wir gehen direkt zu unseren Regeln hierüber. Die Regeln sind hoffentlich klar. Alle Großbuchstaben sind, wie immer, nicht-terministische Symbole, nennt man die. Und es ist natürlich eine 5 hier unten. Und das einzige Eingabesymbol ist Minus, Mal und Plus. Unsere Testeingabe ist das folgende. So, man möchte meinen, wir sind ja jetzt beim LR-Scanning, dass wir rechts anfangen. Dem ist nicht so. Wir fangen trotzdem links an. Das ist unser erstes Symbol, was wir lesen. Und wir gucken, welche Regel können wir anwenden. Ah, die 11-Regel können wir anwenden. Beziehungsweise Regel 5. Unser Marker ist immer noch hier. Wir lesen immer noch hier. Als nächstes können wir die Regel Nummer 4 anwenden. Unser Marker ist immer noch hier. Als nächstes können wir die Regel Nummer 3 anwenden. Entschuldigung, 2 anwenden. Unser Marker ist immer noch hier. Und jetzt finden wir raus, wir können nichts mehr anwenden. Wir gehen eins weiter. Wir können nichts anwenden. Wir gehen eins weiter. Und an dieser Stelle sei vielleicht dazu gesagt, ich sag hier, wir gehen eins weiter. Wenn man dann nachher den Automaten dazu malt, zeichnet, dann wird das klar, warum das so ist. Okay, wir sind wieder hier. I. Wir können wieder die Regel 5 anwenden. Lasst euch an dieser Stelle nicht verwirren. Es wird nicht so weitergehen. Oh, wir haben ein F. Wir können die Regel 4 anwenden. So, und der normale Leser möchte jetzt meinen, Entschuldigung, wir haben natürlich hier unsere Marker, sind natürlich hier. Okay. Normal möchte man jetzt meinen, ach guck mal, T, da können wir jetzt das hier anwenden. Tun wir nicht. Aber wir könnten ja jetzt übrigens auch das hier anwenden. Kommt ja auch in der Reihenfolge davor. Tun wir aber auch nicht. Der Grund, weshalb wir die Regel 2 nicht anwenden, der ist versteckt im Automat. Entschuldigung, die, der, der Grund ist versteckt im Automat. Automat heißt konkret, wenn ihr den Automat nicht zeichnet, wisst ihr nicht, warum ihr diese Regel nicht anwenden könnt. Wenn ihr den Automat zeichnet, das wird dann nochmal erklärt, wird aber auch erstmal nicht klar, warum ihr diese Regel nicht anwenden könnt. Sehr detailliertes Fachwissen, was man da noch braucht. Das wollen wir jetzt erstmal, darum wollen wir uns erstmal nicht kümmern. Wir kümmern uns einfach nur darum, dass wir das alles nicht anwenden und dass unser Marker 1 weiter rutscht. Und mal können wir wieder nichts machen, also rutscht er wieder 1 weiter. So, jetzt können wir endlich wieder was anwenden. Guck mal, Regel 5 geht wieder und der Marker ist immer noch hier. Und jetzt geht auch Regel 4. Der Marker ist immer noch hier. Und Entschuldigung, jetzt bin ich selber reingefallen. Das war gerade voll der Mist. Vergesst das bitte. Seht ihr, so schnell kann es gehen, wenn man diesen Automaten nicht hat. Genau das sind die Fallen. Tatsächlich wenden wir die Regel Nummer 3 an, die ja T mal F nach T verkürzt. Ich hoffe, das ist klar. Unser Marker steht jetzt hier. Jetzt stellen wir fest, O, E plus T. Jetzt endlich können wir auch Regel Nummer 1 anwenden. Wird alles verkürzt auf E. Und wer möchte, kann jetzt noch eins weiter gucken und sehen, ach guck mal, da kommt ja nichts mehr. Dann können wir noch dazu schreiben, wir haben hier diese technische Regel, die immer wieder in diesen Videos auftaucht. In diesem Fall ist E unser Startpunkt und nicht A wie in einem anderen Video. Das Dollar kommt als nächstes. Dollar steht für das Ende der Eingabe. Und damit ist es angenommen. Wen das jetzt gerade verwirrt hat, der vergisst das hier einfach alles wieder. Und sieht einfach nur, okay, E steht am Ende. Das heißt, wir sind fertig. Es ist angenommen. Die Eingabe ist angenommen. So, okay, jetzt habe ich das alles erklärt. Wir sind bei E, es ist angenommen. Was haben wir jetzt aber gelernt? Ich wiederhole mich zu einem anderen Video. Wenn wir versuchen, eine Eingabe zu prüfen, ob sie annehmbar ist oder nicht, haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können sagen, wir gucken uns die Eingabe an, so wie hier. Und gucken, ob wir das umformen können nach E. E ist in unserem Beispiel hier, nennen wir es mal die Endvariable. Zustand kann man es leider nicht nennen. Wir haben aber auch noch die andere Möglichkeit und sagen, okay, wir fangen bei E an und gehen einfach nach unten. Und weil es der Platz fehlt, ich male das mal hier hin. So, das ist der Baum. Das ist die ausgeschriebene Variante von diesem hier. Und was wir, also nur um das nochmal genauer Zeug lernen, wir könnten von E versuchen nach unten zu gehen, den Baum so zu bauen. Oder wir könnten versuchen, den Baum so zu bauen. Also auch gedanklich, wenn wir das per Hand machen. Und was wir hier machen, das hier ist LR-Scanning. Wir gehen von dem hier nach E. Und wenn wir LL-Scanning hätten, würden wir von E versuchen, nach I plus I mal I umzuformen. Und wenn wir das geschafft haben, dann sind wir fertig. Das ist der Hintergrund, damit wir diese zwei Dinge vergleichen können, konkret wissen, was dahinter steht. Das ist der Grund, weshalb ich dieses Video hier mache. Und ich weise aber sicherheitshalber, schwer zu reden, ich weise aber sicherheitshalber nochmal drauf hin, dass an diesem Punkt hier, was natürlich falsch war, an diesem Punkt hier, Entschuldigung, und an diesem Punkt hier, brauchen wir den Automaten oder die Analyse-Tabelle, Scanning-Tabelle, ich weiß nicht, wie man sie auf Deutsch nennt, Kaiseki-Hyo im Japanischen. Damit wir überhaupt verstehen, was da los ist. Aber das kommt nur in einem anderen Video. Okay, ich hoffe, ihr habt verstanden, worum es hier geht. Fragen, Anmerkungen in die Kommentare. Bitte Videobeschreibung lesen, alle Updates sind da drinnen. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Schauen.